Musik Ja echt mal Das ist nicht erstmal ewig Zeit Und ey die letzten 5 Runden Oh ja Hey bin erster Ja wer wird der Superstern Kopa sagt Wario Wieso nicht Expansion Äh ich packe hier einen kurzen Cut rein Ah Okay es kann weitergehen Schön So rote und blaue Felder sind wieder überdoppelt Nice Alter Toastface aber so Ich glaub Da wo du einfach mal nicht dabei warst Kannst dir gerne mal anschauen was ich gesagt hab alles Ja ich hab nämlich mein Mikrofon leiser gestellt Oder 3 Ich kann nur 3 Kannst du als höchstens So hoch und runter halben Von mir aus ich geh auf die Barrikaden meine Fresse Alles oder nichts Alles oder nichts ja genau so siehts aus Here we go On guard Oh nein Fuck Ja ich hab A und B vertauscht Ist Wario der neue Johnny Depp Stehen Pirat Wer hat eigentlich gerade den Minispielstern Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Hey Ware und Expansion haben die gleiche Anzahl an Münzen Hatten Alter die Bank Alter Am Ende kommt da ich so drauf und Münzstern auch Okay wenigstens kann er keinen Stirn stillen das ist gut Oh das ist gut Der Bu ist viel effektiver als Der ist viel härter Alter wenn der sich nachher den Minispielstern holt Dann hab ich eigentlich so gesehen gewonnen Der Münzstern Ich hab mal gespannt Ich auch Weil der Münzstern der wäre jetzt eigentlich noch Deine ähm Ja du müsstest jetzt eigentlich noch zum Bu kommen Ja Vielleicht solltest du das nächste Mal das Instant Bu Item anpeilen Das kriege ich ja nicht weil ich irgendwie zu hoch platziert bin Recht Die Item sind ja immer nach Platzierung irgendwie geordert Ah ich dachte so random Und Expansion Gott Item Ein Glück dass ich nicht auf dem Feld bin Oh noch nicht Warte mal ich hab keine Münzen Geil Ne wieso jetzt Bowser Start Aber das hat Ich glaub das trifft niemanden Oh jetzt gibt Beef Geil Ah the Pirates Cap Bowser Ah I shall be the want to find the plunder Aye Aye I will be the plan for any cats in my way Even me mother Mhahaha Er hat ein dreifach Würfel Was ist wenn er sieben sieben kriegt Nix Leider Würde einfach jeden 50 Münzen stehen Das wäre 2 oder 5 für Bowser München geht dann Bowser My voyage has ended Play a minigame mateys To regain your computer Arrgh Smooth sailing mateys Longleaf Captain Bowser Nein Alle gegen mich echt Quicksand cash Okay das gefällt mir Glaub ich Naja Player in the Bowser Suit Can spin everything Also du kannst die Sand kontrollieren mit links und rechts Ah ok Das heißt ich kann euch davon abhalten Münzen zu kriegen Aber die können auch zu mir kommen Ja Also du kannst sie irgendwie ein bisschen abfacken Wenn du halt So spinnst Dass wir die Münzen nicht kriegen Und sie dann zu dir Latschen Und irgendwie bin ich gerade ein bisschen im Arsch Ja Aber man Man respawns oder Respawns man nicht Super Anscheinend nicht Great Toll Toll Absolut toll Mario Der Bowser Sein ist das Beste Shit Ich hab so bekassiert So So dicke Oh ja Heftig Geil Ich dachte eigentlich Für mich die Bowser Bombe Die würde sich nicht automatisch einsetzen War ich überrascht Geil Na doch die Am Ende des Zugs halt Ja Eventuell So ein bisschen Ah Draufzahlen Ach komm schon Wenn Expansion drauf landet Dann ist dein Mindespielstern Tot Äh Quatsch nicht Mindespielstern Du hast dann echt Die mal Arsch Bezahl doch was du willst Mir doch egal Aber ich will Für den Münzen Das war jetzt auch Ein geiler Satz Ey Ich erfinde die geilsten Sätze Immer doch Immer doch Wie lang Hier passiert noch Wie lang Schon wieder alle gegen dich Bobon Barrage Äh Entweder schießen Alle Bonbons auf dich Oder Ja wir alle auf dich Oh man Du bewegt sich nur mit links Rechts Um unten Ah Das hab ich mal gesehen Wir müssen in dein Boot werfen Das ist scheiße Uh Okay Wart mal Äh Ich weiß gar nicht wie man steuert Ja nur steuert Also Anlog halt Schau mich an Ja Wie soll das denn bitte schon gehen Hä Gar nicht Gar nicht Das ist die Lösung Werb einfach weg Scheiß drauf Die CPUs brauchen sich auch gar nicht erst bemühen Ey Aber best muss ich da so nah zu euch kommen Jo Okay Der 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 Boot ist wirklich Die besten Karten einfach Wirklich Der ist einfach am Abgehen Ja ist einfach scheiße asozial Ich lauf dran vorbei oder Jo Um ein Feld Boah Traumexpension Expandiere dein Mündkonto Oh ja Stimmt Duell Oh man Duell zwischen zwei Menschen Das könnte interessant werden gewinnst du in beweis er kommt machen wir eine münze das ist noch nicht so richtig das musst du entscheiden ich muss mindestens 10 weißt du was ich komme wir machen einfach nur 10 ja weil du mir nicht dem wünschen gegeben ist ja dann habe ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht aber okay ich habe es gar nicht realisiert mit welchen knopf ich anfangen muss damit zuerst das ist der schwierigste das ist der schwierigste knopf ich habe die kombi zuerst gar nicht realisiert ich habe zwar realisiert aber anfang und ende überhaupt nicht also man muss erst mit den in das mojo reinkommen von dem ding dieser schlüssel sehen wie so traurig all misch unveräumat match mutschmatcher match 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 am am schicksten das ist gleich auch gleich beim stern wenn jetzt kommunismus kommt 20 coins von bowser kommen gleich kommt die epische winke jetzt habe ich jetzt winke winke also ich sagte mario party 3 wird das so geil wenn jemand auf bowser kommt da ist das ist dieses auf dem seil balancieren und abgeschossen werden spiel alle gegen mich also genau dasselbe wie aus mario party 1 nur ohne seile und auf einem regenbogen der eigentlich nicht begeben sein dürfte weil physik aber ich glaube vielleicht könnte diesmal ein bisschen schwerer für mich werden weil die strecke eventuell länger ist ich glaube das machen wir das gleiche nur riskieren dann hat man eigentlich nur dann ist das glaube ich raum heck oder wie texture pack jeden fall die png image für den regenbogen auf jeden fall ja png kann halbdurchsichtig sein natürlich ja ich hatte png jetzt nicht mehr so ganz im kopf sie ist soweit aber ganz gut aus könnte doch knapp werden wird ja das ist ja war ja war ja war ja war ja also ich liege im ziel ich liege im ziel auf einmal so das müssen wir lassen ich will jetzt eigentlich kann ich mir auch den ane ich kann mir nichts verkaufen ok ich hätte jetzt eigentlich am liebsten ein ereignisfeld gehabt das ist auf jeden fall den eigenen stern für mich habe ganz sicher schon also wenn du mir jetzt den sternklass dass ich trotzdem noch den ereignis stern habe und über der kommen ich meine jetzt und jeder ein stern von dem her ich glaube der wünscht dann ist mir noch sicher weil ich habe schon über 100 gehabt du bist auf dem weg zu dem was außer ich bekomme gleich als könnte den alten stern und außerdem wir haben nur noch drei runden also das kommt ja und wahre verlängert alles man wie lange da noch langsam wird doch bitte nicht die zauberlampe ganz oben links ist die zauberlampe ganz oben links ist die zauberlampe wie oft noch wieso kann die kenne ich einfach auf der bank land und den münzstern aus den eiern kloppen der ist die lampe kriegt oh gott hat mega panik oder der krieg gleich wenn ich schnell genug zum stern kommen er den schlüssel kriegt und vielleicht wird er noch einen stern stehen unten mitte war das seine kreis auf bowser maske ich sag dann schon mal ja ich viel vergnügen mit der meinte was ja dem stern dass du von mir kriegst ne teilt oder schon wieder hit drop du flippte nein 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 das ist was anderes du muss stammt vertage auf die teils machen bis sie alle den blut ausstellen jetzt in dem fall stammt vertage ok oh mein gott das ist ja mein gott du bist im moment schneller ja eiskalt du bist schneller oh mein gott oh mein gott oh das war das waren sicherlich fünf frames oh ja min höchstens hm boah war richtig knapp hm oh das letzte runde uh wenn ich jetzt nicht zum buch kommt dann ich hoffe natürlich dass du nicht zum buch kommst aber warte mal komm ich jetzt überhaupt äh ich glaube ja 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 ok ja toddy spendier mir den letzten stern wie so ein wie so ein cocktail wie so ein schwanz schwanz das den ereignis stern habe ich auch das ereignis stern äh expansionen holt sich den stern vielleicht hm war ja gut einfach noch irgendwo rum ja war ja so ein wichtig hätte die lampe dann ja so ist eigentlich auch scheißegal ja eigentlich schon ich hoffe ich lande jetzt nicht auf item ok er ist da durchgegangen hätte ich auf item gelandet jetzt wird es interessant oh du stirbst du stirbst ja das muss jetzt sein ja egal ist ein stern ich lege da noch mit ein stern im vorsprung du hast mehr münzen dann brauchst du jetzt den mini spielstern auf jeden fall außer äh expansionen landet gleich auf der bank weil dann hast du den arsch offen aber sowas von ja ja wahre glück halt ja jetzt sind da drauf 60 münzen es hängt jetzt alles von expansions würfeln ab alles ist jetzt davon abhängig weil bausermaske bringt weil das kann er müsste jetzt eine 4 würfeln mhm aber die chance steht jetzt halt 4 zu 10 ist eine 8 das leider das doppelte geil 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 das ist eigentlich so gut äh ja wir wissen ja nicht wer so richtig den mini spielstern kriegt hast du gesehen tot hat darauf reagiert dass er dass er die pausermaske auf hatte ja irgendwas mit du sonst was ne ah bau bau finde ich geiles ital okay den ging ich echt gespannt der mini spielstern entscheidet krieg ich den nicht dann hast du gewonnen das ist jetzt echt wer weiß was jetzt passiert oder bausermaske das kann natürlich jetzt auch passieren was ist wir können ja gleich mal in die stats gucken ich brauche das revolution okay ja gut eigentlich ist es auch egal und münzen ach jetzt oh alle münzen sind gleich genau das heißt das ist jetzt krass jedes unentschieden wird jetzt mit einem würfel geklärt oh nein warte mini spiel stimmt wir sind zusammen gegen die okay jetzt müssen wir auf jeden fall amerschen wie sau also zuerst was kontrolstik und jetzt heißt es amerschen und wo war mal die brems noch andauernd wir nicht ja wir nicht wir wissen wie man das spielt ich weiß doch wieder mit dem oh oh gott oh man ey wieso liegen die so ab vor uns ich weiß es nicht obwohl die eigentlich bremsen eigentlich so bremsen wie sau oh obwohl dann liegen wir mit den münzen so richtig gleich auf mhm wir kriegen das wir kriegen die kurven nicht hin wir kriegen die kurven nicht vernünftig hin wir kriegen die kurven nicht vernünftig hin die kurven halten uns jetzt echt krass auf mhm das zieht man okay eigentlich können wir uns runterwerfen oder ja eigentlich wollte ich mich gerade noch von der krippe stürzen aber gut okay alter die haben uns zerstört wenn jetzt der mini spielstern davon abhängt an einen von uns beiden geht dann hängt es nur vom glück ab wer die spiel gewonnen hat mhm das ist das krasseste ende dann was was wir jemals bis jetzt in mario part hinbekommen haben ja so ohne sterne mini spielstern geht an mich ui wie du ja das freue ich mich jetzt auch gerade ok mhm der mini spielstern geht an dir schon wieder als gleichstand aber da gibt es der eigenes stern den haben wir haben sowas von ich und wario ja du hast gewonnen schön aber du bist zweiter dafür oh ja jetzt ach stechen ok gab es einstechen also das ist jetzt mal erbärmlich gewesen jetzt von donkey kong der superstar ist und der superstar wird ihn jetzt besiegen johu stop right there kuckoo get out you wouldn't be a thinking of stealing me treasure now would you missy i was just looking at i didn't take any that better me matey who goes there shut man captain yoshi heftiger fanskampf alter dat list effekte ich werde dich besiegen wenn so wahr mein name fährt es ouch that's maritz ich will jetzt unbedingt wissen wie viele mini spiele wie auseinander lagen ja das muss ich jetzt echt wissen also wie kann ich die meisten gewonnen haben das sage ich mich ja auch ja wie ich zwinker ne you are the superstar oh god joshi hat sonic augensyndrom ja ok jetzt nichts drücken so ok wo sind die mini spiele gesamtmünzen spend it one time da mini spiele oder nein warte da mini spiele da alter eigentlich hätte ich eins mehr gewonnen hätte ich das geschafft jo wo weiß noch eine münze unterschied das war sowas bester moment hier seid ihr einzigen auf happening spaces gelandet ey niemand ist auf dem ausrufezeichen gelandet mhm so viele item mini spiele und eine bank eine bank eine bank und das war auch zu Anfang du küsst nicht die bank ist leer vielleicht ui ja wir haben schon natürlich vorgespielt richtig viel asche gesammelt ha ja oh ja heftiger anfang ja sterne werden in münzen konvertiert äh was kostet ein stern dann weiß nicht darauf gescheißen genau aber gut das wärs mit pirate land und ja das nächste board was wir machen ist dann western land howdy ho will ich das sagen ne ode ode ooo und das lasse geworfen oja es ist western time na gut bis dahin machen wir so last man standing lucky luke der typ der schnell schießt im duell mini spiel machen wir das sogar oh geil schneller schießen als der schatten dann heißt es pferd das pferd was schneller schießt als sein schatten episch alter total geil oh ja im nächsten part bis dahin auf wiedersehen tschüss 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 bis zum nächsten Mal